Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute gibt es fünf Fragen rund ums Backen. Erste Frage, bei welcher Temperatur werden Brote gebacken? Sehr häufige Frage, da muss man unterscheiden, welche Einflüsse da noch mitwirken. Das heisst, wenn ich ein normales Brot habe, dann verhält sich das anders, als wenn ich noch Ei drin habe, Milch, viel Zucker, Butter. Diese Komponenten wirken alle färbend. Da darf ich nicht mit der gleichen Temperatur starten. Aber in der Regel kann man sagen, bei Broten ist es zwischen 230 bis 250 Grad. Da würde ich dir empfehlen, probiere aus zu Hause, was kommt bei dir am besten. Einige packen eine gewisse Zeit auf 250 Grad, die anderen machen es fallend, das heisst 250 Grad vorheizen, Dampf erzeugen und dann, sobald das Gebäck im Ofen ist, sofort die Temperatur zurücknehmen auf 210, 220 Grad. Da es eben so viele verschiedene Ofentypen gibt, ist es halt schwierig zu definieren, was genau richtig ist. Wichtig ist einfach, dass du ausprobierst und deinen Ofen kennenlernst. Das ist vor allem bei Broten der Fall. Wenn man jetzt Brötchen hat, würde ich eine Starttemperatur von 210 bis 230 Grad empfehlen. Das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Warum will man am Anfang eine hohe Backtemperatur? Es ist ganz einfach, wir wollen das breitlaufende Gebäck verhindern. Wenn die Temperatur am Anfang zu kalt ist, dann läuft das sehr, sehr stark in die Breite und hat dann Mühe, hochzukommen. Und wir wollen einen Anfangstrieb im Ofen, wo man mehr Volumen bekommt und die Brote hochgehen. Darum, was nicht gut ist, Brote backen in nicht vorgeheizten Ofen. Der Ofen sollte immer vorgeheizt sein. Und wenn du Brote backst, würde ich dir empfehlen, irgendetwas in den Ofen zu schieben, um Dampf zu erzeugen. Vielleicht hast du einen Kombisteamer, wo das der Ofen selber macht. Dazu verlinke ich dir hier gerne noch ein Video, wie du das am besten selber machst. Wichtig auch, Dampf kommt eigentlich immer von Beginn an in den Ofen. Ausser wenn du Gebäcke hast, wo du mit Ei bestrichen hast, dann warte ich immer zwei Minuten. Nicht, dass der Wasserdampf das Ei gleich wieder entfernt. Dann habe ich so eine matte Struktur. Darum zwei Minuten warten, bis das Ei angebacken ist. Wie Brot backen bei Umluft oder bei Ober- und Unterhitze? Auch eine sehr häufige Frage. In der Regel ist es so, man empfiehlt eigentlich beim Brot backen Ober- und Unterhitze. Ich hatte aber auch schon Öfen, wo Umluft besser funktioniert hat. Und in der Bäckerei gibt es auch Stiekenöfen. Dort backt man auch mit Umluft Heissluft. Also grundsätzlich auch hier, probiere aus, was bei dir am besten funktioniert. Die Faustregel ist eigentlich, Temperatur von Ober- und Unterhitze zu Umluft Heissluft um 10 bis 20 Grad zu reduzieren. Wie lange wird dein Brot gebacken? Auch eine spannende Frage. Wenn wir jetzt von einem Kilo 200 Teig ausgehen, ist das eine Stunde im Ofen und du hast dann ein Kilogramm Brot. Also 200 Gramm sind Backverlust. Das ist völlig normal. Ein ausgebackenes Kilogramm Brot ist 60 Minuten im Ofen. Und jetzt kann man das so machen, wenn 200 bis 250 Gramm dazukommen, gibst du 5 Minuten dazu oder ziehst du 5 Minuten ab. Das heisst 800 bis 1000 Gramm wären dann 55 Minuten, 600 bis 850 Minuten und so weiter. So geht es dann langsam runter. Aber du siehst, es braucht schon eine gewisse Zeit im Ofen. Was passiert, wenn es zu wenig lang gebacken ist? Es wird einfach schnell wieder so schwammig und weich. Wenn dir das mal passiert, das Brot ist durchgebacken, aber es ist sehr weich, die Kruste, einfach nochmal 5 bis 10 Minuten in den Ofen schieben. Wie wird dein Brot luftig und locker? Da kommt sicher die Fermentation ins Spiel. Das ist der eine Punkt, damit wir eine lange Reifezeit haben oder eine optimale Reifezeit fürs Brot. Dann muss man natürlich auch schauen, was hat man für Mehl. Helle Mehle ergeben eher lockere Brote, Vollkornmehle eher kompaktere. Da bekommt man es nie so locker luftig hin. Dann die Garzeiten einhalten. Das heisst Stockgare und Stückgare wirklich einhalten. Wenn du zu kurzen Stückgaren oder Stockgaren machst, wird das Brot eher kompakt. Dann, das Backen kann auch helfen. Auch hier wieder vorgeheizter Ofen. Schöne Anfangstemperatur, genügend Wasserdampf. Dann soll es gut kommen. Letzte Frage, auf welcher Höhe werden denn Brote gebacken? Ich empfehle auch hier, schau mal deinen Ofen an. Wenn du die Böden immer sehr dunkel hast, dann setze das Brot eine Schiene hoch. Wenn die Böden immer sehr hell sind, dann setze es eine Schiene nach unten. Bei mir ist es so, wenn ich noch eine Backplatte drin habe, dann ist das die unterste Schiene, denn sonst bringe ich das Brot nicht mehr in den Ofen. Bei Brötchen nehme ich so die zweite Schiene, von unten hochgerechnet. Denn da gibt es je nachdem auch vier Schienen oder fünf Schienen, manchmal sechs Schienen. Aber schau einfach, wenn es oben sofort dunkel wird, dann bist du zu hoch oder hast du eine zu hohe Temperatur. Wenn der Böden dann noch hell ist, dann bist du sowieso zu hoch. Umgekehrt, oben hast du keine Farbe, dafür der Boden ist schon dunkel, dann kannst du es einfach hochsetzen. Kurz und knackig, fünf Fragen zum Brotbacken. Welche Temperatur, wie backt man am besten? Ich hoffe, es hilft weiter. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst. Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentar da lassen. Willst du mehr so Videos sehen, wo hast du Probleme? Bis zum nächsten Mal, dein Muscle. Bis zum nächsten Mal.